Ja, da bin ich dann mal wieder zurück und jetzt geht es wieder um das sogenannte Lichtwerk. Die werfen hier mit Halogenstaub rum, schmeißen Spinnen hinterher und reden von Fukushima. Ja, und nebenbei höre ich mir die Energiethemen an. Und bis er dann hier ist, sind wir auch mit dem Platz. Ja. Wie nennt man denn das? Manipulation an die Politik? Ja, gut. Gut, gestern war der Richter hier, die Betreuung, die Verfahrenspflege, aber ich weiß nicht, ich ruhe mir gerade auf, was sie jetzt betreuen. Einen Energiehaushalt, in dem sie irgendwie so einen Scheiß fabrizieren oder keine Ahnung. Also langsam nervt aus. Vielleicht tätowieren sie sich am Ende auch nur eine Glühbirne oder so. Nebenbei leben hier eigentlich auch noch Kinder, aber das interessiert ja irgendwie auch keinen. Es soll ja auch nicht mehr helfen. Ja, Tierkadaver vor die Tür zu legen, es war eine tote Schweige in dem Fall. Die habe ich dann mal entsorgt. Da ich finde, die haben bei kleinen schwarze afrikanischen Kindern vor der Haustür nichts verloren. Weil ich finde, die müssen das hier irgendwie mit ausbaden, was andere hier jahrelang angezettelt haben. Ja. Jetzt sind viel dran zu. Ja, ich bekomme jetzt noch die Schreiben. Mein Antrag wegen den Mitschulden aufgrund dessen ist schon längst eingereicht. Ich habe noch etwas auf Twitter geschrieben, warum ich langsam auf so eine Praxis kann ich Lust mehr haben. Genauso wenig wie die anderen. Ja. Immer auch auf den Knopf drückt. Ja, ich finde es ein bisschen schwierig. Weil ich kann halt auch zu laufenden Prozessen nicht viel sagen. Aber das ist so eine alte Masche. Denn im Grunde genommen muss ich immer das ausbaden, was andere machen. Ich darf mich eigentlich gar nicht mal äußern, weil ich ja sonst die Beschuldigte bin. Und ab da hat man dann irgendwann mal die Faxen dicke. So ist das. Kann man denn da noch von Fukushima reden? Also jetzt mal ehrlich. Das treibt doch alle irgendwie immer wieder in dieselbe... Ja, das ist aber geil. Das ist so... Vor allem gefährden sie so ja ihren eigenen Wohnraum mit. Also neben diesen ganzen Flugzeugen. Ja, den habe ich mal geschenkt gekriegt. Sozusagen beim Aufräumen gekommen. Und da war ich noch ein bisschen auf. Ich halte ja immer nicht viel vom Käfer. Ich halte ja davon eigentlich gar nichts. Ja gut, dann werde ich mal weiter aufholen. Das sieht ja schon ein bisschen besser aus. Bis ich wieder einkaufen gehe. Oder so. Tja. So ist das. Der G7-Gipfel ist ja zum Glück bald vorbei. Und dann... Ja, keine Ahnung, ob ich mich auf Katar freue. Nein. Habe ich aber auch gesagt. Da ja einiges über Better Win lief. Wer auch immer gerne Baugruben mag. Ha? Mensch, hier habe ich noch die Brille von meinem Ex role. so war ich mal es wurde mir geschenkt auch in meine ja ansonsten habe ich irgendwie eine spezielle macht irgendwie mal die nähte auf sind immer dieselben da kann man sich auch gerne über riss in der wand gedanken oder eben klingeling ja ich glaube meine speicherkarte ist mal wieder voll das hat aber auch nichts mit meinem kopf zu tun schau 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 dir das an ja mein twitterkanal ist wieder frei da bin ich ganz froh drum und kann das nicht leiden so bis dann so 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 so